Ich hab jetzt nicht mehr drauf gehört, weil ich hab mir ja drauf gewarnt, was sie sagt, aber Madame, äh, ja, schlechte Verbindung hier, schlechtes Netz. Oh, direkt vor den Kops irgendwie scheiße, war das keine gute Idee. Oh shit, wow, da kam ein Zug, Upsi, gut zu wissen, hier fahren also Züge und die Schienen, die machen auch mal die achte scheiße, das ist erstmal als eng.